Ich war bei einem Flächenbrand in Montana. In einem Augenblick war das Feuer einfach überall. Auf einmal tauchte aus diesen Flammen ein Bär auf. Das war das Schönste und das Furchtbarste, das ich je gesehen habe. Früher oder später kommt das Feuer auch zu uns. Wir trainieren schon über vier Jahre. Wir haben sämtliche Pflichtstunden, alle Qualifikationen. Aber solange wir nicht als Hotshots zertifiziert sind, dann darf meine Crew nicht mal in die Nähe des Feuers. Und reden wir drüber? Oder machst du einen auf John Wayne? Ist nicht leicht, es einmal mit der Feuerwehr zu teilen. Nimmst du den kleinen Stinker? Ich? Kein Stinker! Auf Wiedersehen! Auf Wiedersehen! Zieht euch diese wunderbare Aussicht rein. Denn ihr werdet diese reine Schönheit der Wildnis nie wieder sehen. Was ist das? Das Feuer bedroht Häuser und Menschen. Ich wäre die Granite Mountains. Es ist soweit. Ihr seid Hotshots. Wir haben unsere eigene Hotshots-Spezialeinheit. Wenn das Feuer unsere Schneise überwindet, rastet es direkt auf die Station. Die Feuerwart ist nur Sekunden entfernt. Es wird sein wie das Ende der Welt. Solange ihr atmen könnt, werdet ihr überleben. Wir gehen das Feuer direkt an und retten unsere Stadt. Komm her! Kein Chef kann in diesem Augenblick stolzer sein, als ich es auf euch bin, Jungs. Ich kann es nichtMore. Aber ich bin gerne da, als wenn es ist, nicht mehr so ver cabinets. Hösch!